Hier ihre ergebenste Dienerin. Hochverehrte Leserin, mein teurer Leser, nun geht es los. Ich bitte, mein Versäumnis zu entschuldigen, mich nicht früher Ihnen vorstellig gemacht zu haben. Nun, jetzt werfet allen Ballast ab. Umso schneller wird unser Gefährt, das uns ins Land der Erkenntnis bringt, sein Ziel erreichen können. Wem es zu schnell geht, verschließt seine Augen und öffnet sie erst wieder, wenn Mut Besitz über die Angst ergriffen hat. Gnädigste Leserin, mein hochgeschätzter Leser, Lüge und Wahrheit gibt es nicht nur im Theater. Erinnere dich, wer seinen Sexologen nicht glaubt, der hasst die Medizin. Wer sie aber liebt, Predigt F64.0 und Gender-Dysphorie in Einklang und Verbundenheit. TSG bucht der Bücher, Spruch 13, Vers 24. Du sollst nicht an dieser Glaubensgemeinschaft Zweifel hegen. Das wird dir von den oberen Ämtern überall gesagt. Trotzdem bin ich zu euch gekommen und ihr habt mich gefunden. Keine Belohnung, meine Leser und werte Leserin, werde ich dafür bekommen von denen, die es nicht gerne sehen, wenn ich euch im Glauben erschüttere. Nein, Schmach und Demütigung wird mir, ihre ergebenste Dienerin zuteil. Kränkung und Beschämung, das genau, was ihr auch so fürchtet und daher lieber den obersten Ämtern folgt.